Ja und am hier Fanpost von der Karin. Guten Tag Herr Müller, ich bin großer Fan von Ihnen und Ihrer Musik. Sie macht mich im Herzen froh und gibt mir sehr viel Kraft in schwierigen Zeiten. Achso, das ist ja vom 10. Februar 2020. Ihre Lebensfreude und ihr natürliches Lachen sind ansteckend. Und mein neuer Freund Ingo hat mich auf Ihre Musik gebracht. Wenn er mir hoffentlich bald einen Antrag macht, sollen Ihre Lieder auf unserer Hochzeit gespielt werden. Unsere Flitterwochen wollen wir dann mit viel Amore am Lago Maggiore verbringen. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie meinen Freund Ingo im nächsten Video grüßen würden. Ich grüße Sie von Herzen, Ihre Karin. Also viele herzliche Grüße an den Ingo. Und hoffentlich bekommen wir unsere Freiheit so weit zurück, dass das alles möglich wird. Mit Amore am Lago Maggiore. Ja, haben wir einen starken Willen. Stehen wir dafür ein? Und was ist sonst zu tun? Nicht verzagen, Geist teilers einander fragen. Nein, es geht gut. Vielen Dank.